Hi Leute, ich bin Markus von Horntools und heute zeige ich euch den Abbau unseres Hartschalendachzelts Themis. Der ganze Abbau geht ganz einfach vonstatten. Ich fange immer damit an, erst die Fenster zu schließen. Am besten kommt ihr mal mit, dann zeige ich euch das von drinnen. Ein kleiner Tipp bei den Fenstern, wenn ihr die beim Zelt nicht ganz zu macht, die ihr oben offen lasst, dann kann beim Abbau nachher die Luft aus dem Zelt besser entweichen. Ihr habt nämlich hier eine sehr dichte Zeltplane, die euch natürlich vor Wind und Wetter schützt, allerdings kann dann die Luft bei geschlossenen Fenstern natürlich nicht entweichen. Das hätte zur Folge, dass es euch den Stoff immer nach außen drückt, darum lasse ich oben immer einen Spalt offen, da kann dann schön die Luft nachher entweichen. Das ganze machen wir bei allen Fenstern, dann geht das am einfachsten. so so jetzt noch die Türe zu auch hier wieder einen kleinen Luftspalt lassen und somit lässt sich das ganze nachher gut zusammenklappen. Danach die Abspannstangen raus auf beiden Seiten, können wir dann nachher gleich in die Hülle verstauen. Dann legen wir die Abspannstangen ins Dachzelt, dass wir sie beim nächsten Einsatz wieder dabei haben. so 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 Die Schuhtasche wieder entfernen, geht ganz einfach mit den zwei Halterungen hier schon entfernt und dann kommt schon das Zusammenklappen. Dazu klappen wir den Stoffrand, der hier zur Abdichtung dient, einfach nach oben, dann können wir schon damit beginnen, das Zelt zusammenzuklappen. Wie ihr jetzt bereits schon gut sehen könnt, bildet sich hier eine Luftblase, die Luft entweicht hier oben durch die Öffnung. Wir verstauen noch die Bändel, die uns nachher nicht hier rumfliegen und dann hängen wir das hier schon mal leicht ein. Auf beiden Seiten noch nicht ganz festziehen, dass wir auf der anderen Seite noch arbeiten können und noch den Stoff rund um das Zelt ordentlich versorgen können. Den Stoff überall schön reinlegen, auf der anderen Seite dasselbe und dann können wir schon die zweite Seite des Zelt schließen. Zum Schluss nochmal die Kontrolle, ob der Stoff überall schön drin ist, an den Bändel verräumen und einfach hier wieder sichern. Wenn ihr dann bemerkt, dass der Stoff nach draußen hängt, einfach nochmal kurz lösen. Nicht ganz lösen natürlich, weil das Zelt so schön nach oben klappt, den Stoff schön verstauen und dann kann das Zelt geschlossen werden. Hierzu einfach den Bändel schön nach oben spannen, kurz den Deckel runterdrücken. Und schon ist das Dachzelt wieder eingepackt. Zum Schluss einfach noch die Leiter wieder entfernen, kurz sichern und zum Schluss wieder in den Sack verpacken. Das war's schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Hohntools Dachzelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hohntools Dachzelt. Vielen Dank.